in meiner telegramm app bekomme ich hin und wieder so seltsame anfragen und dann denke ich was ist das denn zum beispiel hier bett die last 10 7 hours ago ich klicke mal drauf die schickt mir hier einfach am 14 oktober grüße so jetzt kann man aufs bild draufklicken und dann kriegt man hier den username angezeigt und komischerweise keine mobilfunknummer also das schon mal ein fall für blog user report spam delete this chat blog bam weg weil einfach nur grüße schicken von irgendeiner unbekannten person die ich in meinem leben noch nie gesehen habe das macht einfach keinen sinn so guck mal weiter wen gibt es denn hier sonst noch so ein francesco last 10 one hour ago hallo es tut mir leid dass ich in ihre privatsphäre eingedrungen bin und auch eine direktnachricht gesendet habe ich habe ihre telegramm gruppe gefunden welche denn bitte wenn sie daran interessiert sind eine passive einnahmequelle zu schaffen oder wenn sie etwas brauchen um nebenbei geld zu verdienen ich habe eine lösung die sehr gut funktioniert wenn ich einen moment ihrer zeit haben darf ich verspreche es wird sich lohnen ich zeige ihnen gerne wie es kostenlos funktioniert und sie können entscheiden ob es ihnen gefällt indem sie es ausprobieren nochmal die gleiche nummer auf den francesco hier oben drauf klicken keine mobilfunknummer ja und ansonsten das soll da sein ja ja sieht auch nicht sehr vertrauenswürdig aus nicht wahr so ein beschlipster schleimiger glitschiger verkäufer typ den lasse ich jetzt einfach mal abblitzen ganz klar block user report spam aber das war noch nicht alles oder funktioniert das da oben besser mal gucken cancel was passiert wenn ich auf diesen blog user klicke report spam delete das chat genau so möchte ich es haben und bäm weg ist er francesco ist now belagt eine marina l hallo guten morgen wie geht es dir ich kenne die frau nicht ich hoffe du hast gut geschlafen ich bin auf deinen benutzernamen in einem berliner gruppen chat gestoßen in welchen bitteschön dem ich vor kurzem ohne meine zustimmung hinzugefügt wurde das glaube ich nicht wie lange bist du schon dabei und wie sind deine erfahrungen mit der gruppe mit welcher denn bitte ja noch mal die gleiche nummer marina l natürlich mal wieder keine telefonnummer es ist ja ganz schick dass sie dazu schreibt ungeimpft und bio aber der ganze text ist einfach nur suspekt weil den scheint sie jedem zu schreiben ich werde noch nicht mal angesprochen mit meinem namen von einer fremden person mit wie geht es dir angesprochen zu werden finde ich auch suspekt dass sie sich dafür interessiert wie ich geschlafen habe das glaube ich auch nicht und so weiter und so fort also block user reports bam delete this check bam und weg ist ein giovanni ich möchte ihn nur von einer sicheren und zuverlässigen anlageplattform erzählen auf der anleger erfolgreich geld einzahlen und ihr zuverlässiges tageinkommen erhalten wobei sie jederzeit geld abheben können tja also interessiert mich das giovanni hast du eine telefonnummer angegeben nein da kann ich also nicht anrufen ich kann ihn mir aber angucken oha sag ich da nur mit solchen typen mach ich keine geschäfte nadelstreifen anzügen kein lächeln auf dem gesicht ein alles andere als seriöser blick erinnert mich eher an mafia also giovanni das glaube ich war es ne block user reports bam delete this check und block weg ist er hier kommt was aus china hallo sind sie deutscher ja da gibt es jetzt auch ein schönes bild ne so hier oben das soll sie sein die sich für mich interessiert hier das könnte ich vielleicht beantworten ich gucke noch mal hier oben rein mobile hidden das ist mal wieder typischer also diese leute die einen wirklich nur nerven wollen die haben alle keine telefonnummer also block user bam reports bam delete this chat mal kleiner hinweis die hat mich auch nicht mit meinem namen angesprochen sie hat auch nicht erzählt aus welchem chat sie kommt und wo sie mich kennengelernt hat also weg nächster ein toni meyer hallo das ist ja die blödeste anmache oder also der zeigt mir sein tolles handy und wie er in den spiegel guckt und wie er mit seiner schmalzlocke versucht mich zu beeindrucken und seinem schlecht geknoteten schlips nun ja das fällt mir eben alles auf den ersten blick auf ne dass er also noch nicht mal bei einem vernünftigen fotografen war sondern meint er könnte mich mit seinem selfie hier irgendwie beeindrucken und einem hallo einer fehlenden telefonnummer also block user reports bam delete this chat und block man das macht ja richtig spaß heute eine leonie gaber sagt guten morgen und sie hat auch wieder keine mobile angegeben sie hat noch nicht mal hier eine id hinterlassen wo ich sie kontaktieren könnte da hilft nur block user reports bam delete this chat bam eine lena oberdorf wer ist denn das kenne ich die die hat tatsächlich auch eine hidden mobile und tja was ist da noch hinzuzufügen was könnte man da noch angucken das bild ja ja hinter ein paar blümchen esoteriktante wahrscheinlich macht ja nix ist alles schön auch das bild ist hübsch aber hallo ist mir denn doch ein bisschen zu wenig es beeindruckt mich einfach überhaupt nicht without spam delete this chat und bam so next one deleted account tja deleted account sagt hey deleted account da ist mir wahrscheinlich schon jemand zuvor gekommen und hat diesen Typen oder diese Typin als spam gemeldet das brauche ich also nicht mehr tun da reicht einfach im Prinzip diesen Chat hier zu löschen wie kriege ich den weg block user mal drauf report spam block reicht es aus ist now blocked der deleted account nee da muss ich drauf gehen auf den deleted account und sagen delete chat und dann also delete for deleted account delete und weg ist er next one arona meere arona meere hat tatsächlich eine id könnte ich anschreiben fehlt die mobile number wer das hier auch immer ist ich würde mal sagen das ist ein schlechtes foto es spricht vielleicht leute an die irgendjemandem helfen möchten dem es schlecht geht aber wenn solche personen dann hallo sagen dann kann ich auch nichts mit anfangen und schon gar nicht wenn der Text so schwach ist und die mobile number fehlt also block bam weg ist es next one evangeline evangeline ja foto das ist also die evangeline secret aha und die hat auch keine mobile hier angegeben und was verdient die sich für dieses hallo block user reports bam delete this chat bam so next one annabelle hello das ist ja wenigstens schickes foto äh bild meine ich äh annabelle ist das hier ne ok mit einem täglichen von radio mandy wo ist der täglichen wo dieses foto geklaut wurde ist wahrscheinlich auch kein richtiger user hier steht ähm eine id die könnte man anschreiben keine nummer dabei also block user reports bam delete this chat bam weg next one dominic mahomet ja der hat eine id aber auch keine mobile hallo sagt er auch mal wieder block user reports bam delete this chat und donna taylor wow 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 also jeder der sich das jetzt hier gerade bis hierhin angeguckt hat der weiß wie es weiter geht ne und ist vielleicht ähm schon total genervt oder einfach nur amüsiert wie viele leute mich hier kontaktieren weil sie ja ein ernsthaftes interesse haben sich mit mir zu unterhalten was man ja ganz schnell daran sehen kann dass sie hello sagen ne ein blumenstrauß sagt mir hallo also donna taylor ist äh ohne handynummer hatten wir ja schon gesehen ne ein pfeil für block user reports bam delete this chat bam Liliana Liliana hat sie ein hübsches foto oh sogar eins was sich bewegt mit cocktails drinken jejejeje auflegen keine mobile number schwacher text und was steht da drauf die höchststrafe hier ist gar nichts mehr mit äh mit die lead chat oder sowas block user wird gar nicht mehr angeboten ne dann muss ich halt einen anderen weg gehen äh den hier übers menü block user do you want to block Liliana from messaging and calling you in telegram eigentlich wollte ich sie erstmal melden geht das überhaupt noch hier block user ich glaube ich habe schon genügend spam äh gemeldet also block user block und jetzt werde ich nochmal den chat löschen delete chat also delete for Liliana bam weg ist er so und ähm die ganzen anderen die glaube ich die spare ich mir mal für nächstes Video oder ich haue sie einfach nur noch so weg ja es wird ja langsam langweilig also jetzt weiß jeder wie man mit diesen ganzen bots trollen unseriösen angeboten nervigen leuten die gar nicht wissen was sie wollen sonst würden sie es ja sagen umgeht sie werden gemeldet und gelöscht und was und tschüss und vielen dank fürs anschauen und ich hoffe es hat unterhalten das geht